Die Marktgröße für Elektroroller, die im Jahr 2021 auf 20,78 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, wird von 2020 bis 2030 auf ein Wachstum, Kehr, von 7,9 Prozent geschätzt. Im Jahr 2022 betrug die Marktgröße 22,28 Milliarden. Ein Wachstum von 7,8 Prozent ab 2022. Bis 2027 werden der Motorradmarkt und der Elektrorollermarkt voraussichtlich 33,1 Prozent Kehr ausmachen. Erst aus Röster, OEM, sind aufgrund der steigenden Nachfrage nach energieeffizientem Pendeln, der steigenden Nachfrage nach emissionsfreien Fahrzeugen und steigenden Kraftstoffpreisen gezwungen, mehr in ICE, Integrated Compound Engineering, in Zweirädern zu investieren, steigende Kraftstoffpreise und strengere Emissionsnormen haben eine Nachfrage nach emissionsarmen und kraftstoffsparenden Fahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum erzwungen. Hero Electric, ein Top-Unternehmen der Branche, hat einen beeindruckenden Marktanteil bei Elektrofahrzeugen in Indien und im Jahr 2021 wurden 46.260 Einheiten verkauft, was 32 Prozent des Marktanteils entspricht. Der Sharing Service eCulture, elektrisch oder Benzin, der Fahrten nach Modell oder Kapazität in Minuten, Stunden oder Tagen anbietet, ist ein Sharing Service für mehrere Plattformen. Es bietet auch die Lieferung von Lebensmitteln und Dokumenten in Europa an. Dieses Unternehmen und der von Tier Mobility erworbene deutsche Coupe Scooter bieten Dienstleistungen in Berlin, Paris und Madrid mit einer starken Flotte von 5080 Einheiten an. In Indien wurden 2019 152.000 Elektroroller und Motorräder verkauft, was einem Anstieg von 20,6 Prozent im Jahr 2014 entspricht. Indien wird bis zum Jahresende 2025 ein Einzelhandelsverkaufsvolumen von 1080-500 Einheiten haben. Für 2020 bis 2025 wird eine CARE von 57,9 Prozent prognostiziert. Dies wird die Luftverschmutzung in 14 der 20 am stärksten verschmutzten Städte Indiens gemäß der Datenbank der WHO zur globalen Luftverschmutzung etwas mildern. 2018 20 Prozent der gesamten CO2-Emissionen und 30 Prozent der PM-Emissionen, Feinstopp, stammen von 70 Prozent der Fahrzeuge. Auf den Straßen Indiens Europäische Länder verabschieden jetzt Gesetze, die Zwei-Personen-Fahrten auf E-Scootern verbieten, was sich ändern könnte, da der Marktanteil in den kommenden Jahren aufgrund von Umweltbedenken drastisch wächst. Denken Sie also, dass es ein guter Zeitpunkt ist, in Elektroroller oder Fahrzeuge zu investieren? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020